Liebe Zuschauer, mein Name ist Henning Hartmann, ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und für Strafrecht in Oranienburg, Berlin. Die Anwaltstätigkeit im Verkehrsstrafrecht und Ordnungswidrigkeitenrecht in Zeiten von Corona. Ich hatte es in meinem letzten Video bereits anklingen lassen. Unser Betrieb im Büro läuft ganz normal weiter. Unterlagen werden zunehmend per E-Mail ausgetauscht, um einen persönlichen Besuch entbehrlich zu machen. Und dann sind wir gleich beim Thema, nämlich was ist eigentlich mit den Einspruchsfristen nach einem Bußgeldbescheid? Ganz wichtig, die 14-tägige Einspruchsfrist läuft selbstverständlich weiter. Sie haben nicht die Möglichkeit, sich aufgrund der derzeitigen Situation darauf zurückzuziehen, zu sagen, ich konnte nicht meinen Anwalt besuchen, deswegen konnte ich keinen Einspruch einlegen. Böse Falle. Bitte wahren Sie die 14-tägige Einspruchsfrist auch in Zeiten von Corona, wenn Sie so wollen. Und zur Not übersenden Sie uns Ihre Unterlagen einfach per E-Mail. Vielen Dank und bis bald.